Was ist das für ne Lob? Da ist noch einer! Noch einer am Kämpfen! Digga, da fliegt einfach einer runter. Ich glaub's grad nicht, ne? Ich glaub, ich geh bonejab, Digga. Direkt zu der Lupe, Mann. Hab ich irgendwie Bock. Let's go, Chat. Jetzt komm! Pusht mich mal, Leute. Haut mal ein paar Flammen in den Chat. Ich seh keine Flammen. Ich werd jetzt von jedem ne Flamme sehen hier, da ich gepusht werde in der Runde, okay? Ja, moin. Och, nö, Digga. Ja, nur ne Sniper. Okay, den hab ich. Oh, ne Waffe, Leute. Hä? Ich hab nur Sniper, hallo! Ey, das kann ja schon wieder was werden hier. Gebt mir doch bitte ne normale Waffe. Wie kann ich denn nur Sniper haben? Kriegt die Krise, Digga, wirklich. Kriegt die Krise, Leute. Ah, da sind doch die Flammen. Da sind doch meine Ehrenmänner im Chat hier. Ich hab schon vermisst, die Flamme zu sehen, Leute. Ehrlich. Ah, hier ist ne Waffe, okay. Oh, warte mal. Gib mir mal die Waffe noch. Den hab ich schon. Okay. Dann holen wir uns jetzt den Auftrag. Da ist einer, okay. Nice, den haben wir auch. Let's go. Sehr gut. Hä, hat der keine... Ich hab keine Munition. Nehmen wir die FAL mit Scheiß drauf. Hä, wo ist der Auftrag? Der ist im Cockpit, oder was? Hä, was ist das für ein Choke, Mann? Digga, kann ich jetzt bitte mal irgendwie mal auch ne Platte finden? Hallo? Wenn ich jetzt Across the Map Wurfmesser mache, was krieg ich dann, Leute? Passt auf, warte. Bafdisch. Ach man, hier ist einfach nichts mehr. Boom, Junge. Was kannst du eigentlich? FAL einfach zu stark, Digga. Ja, moin. Ey, Leute. Krieg ich jetzt irgendwie noch ein bisschen Geld zusammen hier, oder was? Der Fall... Ah, da. Ja, moin. Wo ist der? Wer ist da drin? Da ist noch einer hingeflogen. Okay, Leute. Wir müssen es irgendwie schlau machen. Den haben wir schon mal. Let's go, Leute. Einmal die Hypeflamme in den Chat. Da oben nicht noch einen gesehen. Aber ich hätte eigentlich mal Bock, mit euch beiden zu zocken. Auf jeden Fall. Nein. Ach, Mann. Das meine ich. Ich sterbe halt wirklich nur in Warzone, Digga, wenn ich halt in den Rücken geschossen werde, Digga. Ey, Digga. Immer dieses den Rücken schießen, ne? Und der ist crowd da auch so auf dem Boden rum, Digga. Und bewegt sich nicht, der Typ. Let's go, Digga. Warte mal. Okay, ich lasse ihn lieber, Digga. Er hat doch so einen Schwitzer-Skin, der Typ. Okay, jetzt brauchen wir schnell eine Waffe, Digga. Okay, hier ist schon mal eine. Nice. MP7. Jetzt noch eine MG. Können wir auch mitnehmen. Hier ist eine Platte. Auch wichtig. Oh. Oh mein Gott, Digga. Ich bin tot. Safe. Oh mein Gott, let's go, Digga. Jungs, einmal die Halbflamme in den Chat. Let's go, Mann. Let's go. Das war wichtig. Digga, bitte nimm doch... Ach. Ach, Digga, das ist er gar nicht. Ich werde geblendet, Leute. Ich werde anders geblendet gerade. Let's go, Chat. Ich werde gerade so geblendet, Leute. Ich werde gerade so geblendet, das ist unfair. Ey, da könnt ihr eigentlich nochmal die Halbflamme in den Chat schreiben. Ohne Scheiß. So. Oh mein Gott, ich muss ja da hinten hin. Oh mein Gott, nein. Wenn ich jetzt durch Zone sterbe, heule ich wirklich. Ich hole mir lieber eine Drohne, hau die raus und hole mir noch eine. Drohne. So. Hier rechts kommt noch einer raus. Oh, ich habe die Kiste vergessen. Aber ich werde geblendet. Okay, Chat. Ich muss eben meine Rolle runter machen. Sonst kann ich gleich nicht zocken und sterbe. Das sehe ich doch jetzt schon kaum. Ja, moin. Ja, moin. Ich springe hier von rechts nach links. Lul. So. Soll ich mir nochmal einen Loadout holen? Ich glaube, ich hole mir nochmal einen Loadout. Damit ich meinen MP5 habe, Leute. Dann eben kurz die MP5-Klasse nehmen. Zack. Den mit. Let's go. Go. Er hat mich im Sniper-Vizier. Verpiss dich, Digga. Digga, der kämmt auch da in dem Haus. Leute, ich kriege die Krise. Was machen die Typen hier? Wir kommen. Wir rushen ihn einfach. Der arme, Digga. Ich werde ihn jetzt so blenden. Ich werde ihn so blenden jetzt. Das habe ich ja noch nie gesehen, Digga. Nein. Okay, nice. Let's go. Jetzt kommt hier der Nächste. Da ist er. Let's go. Er hat self-revive. Let's go, chat. Nice, man. Soll ich nochmal eine Drohne raushauen für den? Weiß es gerade nicht so richtig. Mein Gott, wo ist er? Oh! Die kleine Missgeburt, Digga, Chat. Die kleine Missgeburt. Wirklich, die kleine Missgeburt. Du kleiner Hund. Wirklich, ey, Chat. Seid mal ehrlich. Was war das, Digga? Was hat der Typ getan? Was war seine Mission da? Ey, er hat da einfach... Digga, what the fuck, man? Was war denn sein Plan da? Was? Was hat der getan, Jungs? Wirklich jetzt? Ey, darauf muss ich gerade erstmal klarkommen, man. Wirklich. Ey, ich wäre ausgerastet. Wirklich. Ich wäre richtig ausgerastet. Ich bleib hier, Leute. Aber ich gehe da oben, glaube ich, rein. Ich bleib erstmal hier bis zur nächsten Zone. Ist hier einer am Chillen? Ne. Okay, Leute. Dann bleiben wir nämlich eben kurz hier. Und warten eben kurz die Zone ab, Leute. Ich habe so Angst vor einem Snipe. Oder dass sich hier einer mit Totenschille rein scammt, ne? Kleiner Hund, Digga. Zwei Gegner noch. Die werden hier rechts chillen. 100% werden die hier vorne chillen. Er ist da vorne, safe. Okay, wir müssen da hinten rum. Ich könnte ihn vielleicht kriegen jetzt. Außer er pusht mich von rechts. Eins gegen eins, Leute. Eins gegen eins. Let's go. Let's go, Chat. Let's go, man. Let's go, Digga. Boom, Digga. Wer ist Tim, Junge? Let's go. Darum müssen wir eigentlich mal die ganzen Hype-Flammen in den Chat, Leute. Okay, den haben wir schon mal. Let's go, let's go, Chat. So im Modus rasiere ich die doch einfach. Und er hat auch... Ach, Digga. Man hört wieder nichts, ne? Man hört wieder wirklich gar nichts, Digga. Oh, nö. Nein. Let's go, Digga. Nice. Was macht der Typ da, Chat? Ja, moin. Ich hab ihn so geklaut. Noch nie mehr jemanden so den Kill geklaut, Leute. Er ist hier immer noch. Okay, nice. Das war eigentlich so dämlich, Leute, ne? Seid mir ehrlich, wie dämlich war das. Nice. Let's go. Er hat ihn geholt, Digga. Aber er muss da gleich raus. Digga, what the fuck. So, den haben wir. Und da ist auch noch einer. Entweder oben oder... Ja, er ist da. Er ist oben drin, Leute. Okay, nice. Den haben wir. Nice, Chat. Let's go. Wir haben schon wieder 10 Kills, Leute. 10 Kills haben wir schon mal wieder. Links sind Gegner, rechts sind Gegner. Da vor mir läuft er. Habt ihr den gesehen, Jungs? Er ist hier unten jetzt. Da. Haben wir. Ja, moin. Digga, wenn der mich jetzt holt, ne? Ey, ich wär ausgerastet, Leute. Ich wär ausgerastet, wirklich. Ich schau grad nicht so krank viel in den Chat. Ich hoffe, ihr enjoyt das auf jeden Fall trotzdem. Ah, da. Ach, scheiß auf den Bastard. Oder kommt der jetzt hier runter? Er muss ja auch eigentlich hier lang. Nein. Nein. Ach, Mann, Leute. Wie kann man denn so sterben? Er chillt da einfach noch. Ey, wir hatten schon 11 Kills, ne? Wir hatten einfach schon 11 Kills, Mann. Ey, es ist ärgerlich, wirklich. Es ist so ärgerlich, Mann. Digga, nur weil der links mich die ganze Zeit aufgehalten hat und einfach nicht losgelaufen ist, der Bastard. Ey, das ist mal so ein Noob. Guckt euch den an, den Typen. Er holt ihn noch. Digga. Ey, ich weiß nicht. Chat, wollen wir den mal kurz zuschauen? Ich will dem kurz zuschauen, den Typen. Ich sterbe nur in Warzone, wenn ich von hinten angeschossen werde. Ich sterbe wirklich nur... Guck mal, was er tut, Digga. Was macht der Typ? Ey, wenn er jetzt von Zone stirbt, ne? Digga. Ich sterbe halt wirklich nur in Warzone, wenn die halt wirklich mir den Rücken schießen, ne? Anders sterbe ich irgendwie nicht. Es lief so gut die Runde, Mann. Digga, guckt euch mal diesen Typ, Mann. DSDSU mit Flo, ich schwöre. Was ist das? Ey, wenn der jetzt den Win holt, ne? Digga. Was macht der Typ, Bruder? Digga, also der hat mich geholt, ne? Chat. Der hat mich geholt gerade, der Typ. Der hat mich einfach geholt. Wie lächerlich ist das? Der hat mich einfach geholt. Oh mein Gott, das ist so ein Spieler dem Buschschild. Da. Oh mein Gott. Nein. Der arme Gegner, Digga. Der arme Gegner. Er hat ihn auch weggecampt. Er hat ihn auch weggecampt. Was ist das für ein Typ, Digga? Wenn der den Win holt, ne? Hab ich alles gesehen, wirklich. Was macht der? Digga, der Busch ist einfach sein bester Freund. Ja, moin. Auf einmal macht der so auf richtig Movement, oder was? Wie lost ist der, bitte? Ich schwöre. Digga, auf einmal, guck mal, sein Movement an. Auf einmal tut er so, als könnte er spielen. Ey, Leute. Also, wenn der den Win holt, ne? Wie kann der mich... Kann der nicht vorher loslaufen, ne? Hätte der mich nicht geholt? Hätte ich den Typen da links jetzt noch weggemacht? Ey, es hätte echt eine 20er-Bomb in der Runde werden können, ne? Sag ich euch, wie es ist, Mann. So ein Opfer, dieser Typ. Alter, schlechter als ich. Junge, Gratia, du bewegst dich ja wenigstens, als ob man da hochkommt. Der denkt auch, man kann da hoch, so. Chad, bitte, was tut der da? Ja, was macht der Typ? Digga, wenn der Typ jetzt Win holt, hau ich ein Sub-Gift raus. Dann hau ich ein Sub-Gift raus, wenn der Typ Win holt. Digga, meine Alte spielt besser. Glaub ich dir, glaub ich dir wirklich. Boah, der schwitzt anders. Ich glaub, das wird sein allererster Solo-Sieg, ne? Chad. Ich glaub, das wird sein allererster Solo-Sieg jetzt. Oh, da läuft einer. Da laufen die. Will er snipen? Will er snipen? Ah, schlecht, Bro. Oh, Shit-Break. Not bad. Ja. Das war's auch wieder. Digga, was macht der Typ? Die kann mich so einen Noob holen, wirklich jetzt. Digga, er bewegt sich wirklich gar nicht, ne? Ja, da schläft man ja bei einem, Alter. Besser als Shroud-Kapper. Bleib drin. Okay, Jungs. Oh, jetzt wieder Gold. Er hat selbst wieder Belebung. Ey, bitte stirbt er. Ich würd's ihm so gönnen, ne? Boah, der hat so Angst, Leute. Der hat so Angst um sein Leben gerade. Da liegt er doch. Noch so ein Noob. Er liegt da einfach. Ey, die Lobby. Was ist das für eine Lobby? Was ist das für eine Lobby? Da ist noch einer. Noch einer am Campen. Digga, da fliegt einfach einer runter. Ich glaub's grad nicht, ne? Ich glaub's grad wirklich nicht. Da oben ist er. Es kann nicht sein. Eins gegen eins. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Der wird den nächsten jetzt auch noch irgendwie in den Rücken schießen. Er hat bisher jedem in den Rücken geschossen, glaube ich. Links über ihm. Da. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen, Digga. Ich brech ab. Er hat das einfach gewonnen, Chat. Er hat das einfach gewonnen, der Typ. Der Typ, der mich in den Rücken geschossen hat, gewinnt dieses Scheißspiel. Ich glaub's grad nicht. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein, Digga. Das kann nicht wahr sein. Digga, jetzt muss ich wegen diesem Kek auch noch ein Subgift hier rausballern. Ich brech ab, Leute. Ich brech ab, Leute. Ich stores gemütet und sie錢. Ich该 zu viel über die Gefängerin. Da.